hallo meine freunde und willkommen direkt zu einer runde overwatch in ranked season 29 ich will da wieder ein bisschen höher kommen daher gehe ich mir jetzt wieder mehr mühe ab und spiel öfter mal wieder overwatch ich möchte da wieder wenigstens auf meine 2.000 euro kommen 25 ja natürlich optimal aber das liegt auch viel am team und an mir schau mal wie gesagt wenn es soundmäßig mit meiner stimme probleme gebitte sagen ich verwende das nvidia rtx voice einen test haben bis jetzt irgendwie gesagt ist okay aber wenn es doch probleme gebitte sagen so jetzt feuerst ja die zwerge ja nur mehr draufgegangen ich habe mich heilen sollen scheiße ich gerätzt ja gehen wir mal so auf die nerven ich hasse die repubble ja nein hallo Egal. Und die retzt genau natürlich die, die ich nicht leiden kann. Wie bringen die da nicht weg? Scheiße. Ich geh nochmal dumm. Ja, erwischt noch. Komm schon. Haltet den Punkt. Haltet ihn. Haltet ihn. Macht's was. Ich habe neun Kies, Alter. Ich bin gut. Schleife ich von hinten an. Sind hier genug von mir da? Oh, ich bin. Fuck. Fuck. Geschleif dich. Scheiße. Jetzt haben wir den, waren alle da? Da hat er es irgendjemand holt. Ich habe es nicht geschaut, aber hat das alles platt gemacht. Haha. Ich habe es nicht... Ich meine, ich habe es nicht... Ach, der Bashen. Boah... Ich habe es nicht... Was wir tun? Er dürfte jetzt schon unten sein. Aber der wird uns noch weh tun. Oh, ich bin bereit. Ja, das macht weh. Der war wieder in dem debaten Ding drin, Mist! So eine Scheiße, wir müssen uns jetzt mal sammeln, das ist gerade komplettes Chaos! Sammeln! Ich wundere das, was wir mit diesem Däschchen nicht loswerden, der tut uns wirklich weh! Hoppala! Ja! Ich traufe Hilfe! Bumm! Nachladen, so eine Scheiße! Alter, wir verlieren die Runde, haus hoch! Schaut nicht gut für uns aus! Schaut gar nicht gut aus! Ich wollte den hooken, aber das sieht nicht aus! Ich muss... Dieser verdammt Danke! Danke! Ich bin noch lange nicht fertig! 1 Meter! Ich muss da runter, da oben bringt das nichts wenn ich mich da spiele! Das ist jetzt aber auch mehr Glück als Verstand Würde ich jetzt mal sagen Sie muss sterben Team Peel Jawohl Wer hätte das noch gedacht Wenn ich jetzt ein Facecam hätte, wäre es jetzt ein fetter Mittelfinger an die Gegner Mit dem Voice Chat vom Team geht es sicher jetzt rund auf volle Kanne Wenn Sie sich bereit zum Angriff Werden Sie Ihren Helm Ich habe vorhin mit dem Audio Problem Testen wir es mal Ja, warte hin Er hat nämlich über einen Podcaster Über einen Road Podcaster Also über ein Let's Play Mikro Die Voice übertragen Und das wollte ich eigentlich nicht Da hat das Windows was zerschossen Entschuldigung war Valorant Das Spiel ist, ja Das ist jetzt mal vorhin gestellt Dann haben wir es so Da startet es Tappt raus Tappt rein Das Spiel Die Auflösung switch die ganze Zeit Das bleibt im Windows Es switcht nicht mehr gescheit drauf Liegt es vielleicht am Setup Glaube ich zwar nicht Das ist ein i7 Prozessor Und eine Nvidia Grafikkarte Windows 10 normal ist nichts Spezielles Ähm Ich glaube wir haben es sich gepflegt Also Grafikkarte Windows 10 auch Also das Spiel ist irgendwie Irgendwie irgendwas Packt da noch ein bisschen rum Wir haben auf jeden Fall Einiges verstellt Bei Neustart braucht immer wieder dann Naja Egal Anderes Thema Los geht's Amateur Junk Red Ich hätte da den Bomber hingehen Alles so cool aus Also Special Toll Sammeln wir uns hier Sammeln wir uns hier Sammeln wir uns hier Zerhasse ich das neue System wieder Ich würde da sogar mehr einen Junk Red spielen Aber Geleck mich doch am Arsch Wir kriegen diesen Hurenbeißchen da unten runter Total Kind Unendiges Schau wie unmotiviert der im Chat da unten gleich ist Ich meine Die anderen waren vorher Haben Die sind vorher für uns auch nicht gut aus Wenn wir haben es dann oben gewissen Wir haben nur 2 Minuten Das Ziel gehört hier Ausgürstermasch Ampere So Oh, mein Gott. Toll! Boom! Huff! Meistens magst du nicht so sehen. Die kommen gar nicht. Ich glaub's doch nicht. Ersportieren Sie die Fahrtage effizient. So, mal die Runde. Ich weiß gar nicht, geht der Rett noch durch? Eigentlich? Nein. Der Affe ist aber gut gegen einen Beischel. Ich werde sofort! Ich fahr dir nicht! Ich fahr dir nicht! Ich fahr dir nicht! Nicht Fracht! Jetzt sind sie genauso ranan wie wir vorher. Und man darf sie einfach nicht reinkommen lassen, so wie sie uns voll genervt haben. Einfach nur nicht zur Ruhe kommen lassen. Jawoll. Der Beste muss weggehen. Das ist ein bisschen schwer. 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 Danke, das ist ein Jahrtold. Scheiße, 2 und da wird 2 erwischt. Ja, wir haben... Die 2 Toten fehlen uns da gerade ein bisschen. Der Hook war gut. Nur braucht er noch nichts. Oh, der Sub-Zombler ist super. Los, los, los! Jawohl! Der ärgste! In chat. Puh! Wie war das? Just Lose? Danke! So deppert. Ja, das ist, wo alle drauf gegangen sind. Da kommt's! Danke! ist fertig aber das war sehr sehr intensiv einer gold 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 bronze war es nie getockt jetzt was schon wieder ist es sich alle beschweren da okay das ist es immer alles gut glaubt das machen wir noch geschwind die dinge die lootboxen aufgaben tatada meh war nicht so viel gutes streifen darunter her der helles grafik fehler oder es gehört dann mal so gut egal darum geht es nicht okay wir haben eine runde eine wunderschöne runde gehabt hat die ist natürlich wert hochgeladen zu werden hoffe ich halt okay ich habe es auch nicht fallen genauso wie mir ich liebe das spiel ich werde weiter spielen ich freue mich schon um was zwei wirklich total und das aber da hat sich gefallen und es kommen immer wieder verschiedene games von mir ich teste gerne alles an ich suche doch nach einem haupt game ist doch nicht so ich würde gern nicht das was ich eigentlich dann wollte mit genesis atlas ist eigentlich wird man voll down aber da hat sich patchmäßig seit meinen letzten let's plays nicht viel getan das wäre dann halt das gleiche problem wie beim letzten mal aber da wird schon bald was kommen wenn nicht amazon's new world leider verschoben irgendwas kommt schon gut danke für zuschee lasst einen like da einen kommentar wenn es irgendwas wissen wollt fragt es danach ich werde darauf antworten bis zum nächsten mal habt einen schönen tag und bleibt gesund ciao